Achtung, Achtung, man glaubt es nicht, der Präsident hat's erwischt. Ja, der Präsident, ja, ja, von Amerika, ja, ja, hat Corona gekriegt, ja, ja. Früher gesagt, jetzt ist es eine M-Bildung, ja, aber jetzt ist er selber krank. Wie hätte das ja das gedacht? Er hat ja immer gesagt, das ist eine M-Bildung, ja. Aber jetzt, ab jetzt hat es ihn erwischt, sogar. Jetzt hat er auch Corona, ja, und auch seine Frau, auch ja. Was sagt man da dazu? Er hat gesagt, das ist eine M-Bildung, ja. Aber jetzt, ab jetzt hat er selber, ja, Herr Präsident von Amerika, hat den Virus abgekriegt, doch, ja. Hat er immer gesagt, nein, ja, 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 das ist nur eine M-Bildung, ist doch klar. Aber jetzt, ab jetzt hat er selber, ja, Herr Präsident Trump, ja, ja, hat den Virus gekriegt, doch, ja. Hat man gar nicht glaubt, doch, ja, dass der Virus er im Wü, auch, ja. Aber der Virus, ja, hat den Virus, ja, hat ihn gewollt, das ist doch klar. Jetzt hat der Präsident von Amerika, was hat er denn da? Ein Virus, ja, der Virus, 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 ja. Hat ihn gepackt vor hinten, ja. Jetzt ist er krank, jetzt ist er krank. Jetzt weiß ich nicht, was er macht, doch, ja. Ja, ich hab doch immer gesagt, doch, ja, der Virus ist eine M-Bildung, ja. Aber jetzt hat er es wirklich selber, ja. Jetzt kann er sich aussuchen, ja. Ob es eine M-Bildung war oder nicht, doch, so. Nein, es ist keine M-Bildung, wirklich, ja. Kein Virus gibt's auch wirklich, ja. Jetzt ist er dran am Trump, auch so. Jetzt ist er krank, es ist er krank. Und der Virus hat ihn eingeholt. Ob er will oder nicht, ja, ja. Der Virus ist so heute da.